Es müssen einen dort nicht mehr Bäume fällen. Das ist richtig. Außer den einen. Ich hab ne Höhle gefunden, cool. Hast du dich wieder durch die Welt geglitscht? Nein, ich hab ne Höhle gefunden. Gut. Ich fürchte, ich werd hier nie wieder rausfinden. Befürchte ich auch. Dieses scheiß Ender-Gangster. In der Höhle drinnen, ja? Innen drinnen enthalten. Ja, hau ihn um. Nö. Warum? Ich hab jetzt Kohle abbauen, du Spacko, ey. Ja, aber der Ender... Ja, der ändert jetzt auch nichts, wenn ich den Ender sein Ende verpasse, ja? Ja, aber der droppt was. Was, der braucht was? Der droppt was. Ist mir egal, ich brauch erstmal Fackeln, du Spacko. Hm. Verscheu ich den Ender-Gangster. Mit Fackeln? Statt den zu töten? Oder hat der Angst vor der Fackel? Der läuft weg. Musi Muschi. Der ist weg. Der hat keinen Bock auf mich. Der ist weg. Der hat so krassen Respekt vor dir. Ich denk auch. Mit meinem Diamantenschwert und so, Junge. Was? Ja. Nicht gut Kirschen essen mit Papa, ja? Hm, Kirschen. Schwoll. Hier gibt's ja sogar in den Höhlen Liaren. Ja, und jetzt, willst du jetzt einen Orn dafür haben, oder was? Nein. Ich brauch ne Axt im Weide. Ja, ich hätte jetzt auch mal lieber, also ich würde jetzt lieber mal gerne hier, äh, keine Kohle finden, sondern Eisen oder sowas. Was sinnvolles, weißt du? Ja, oder Gold. Was soll ich denn mit Gold? Ja, Äxte rausbauen, so wie ich gerade. Was für Dinger? Äxte. Das ist ziemlich schwul, du. Schwuppe, äh. Warum? Das ist ziemlich Pimp-like, ja? Wer mit der goldenen Axt durchgegeben drin ist. Warum kann man sich aus Kohle eigentlich keine Axt bauen? Das wär cool. Find ich auch. Das wär ziemlich... Fuck, ich bin am... Boah, ich bin am Verhungern, ey. Tja, ich hab Beef, du nicht. Weißt du warum? Ich hab Brot. Verkackter Loser, ey. Brot ist eindeutig besser. Brot ist was für Kühe und Vegetarier. Nein, Brot ist viel besser. Welche Ebene war das nochmal, die gut zum Farmen ist? Für Diamanten. Ja, für alles. Irgendwas zwischen 10 und 20. Nimm 15. So, jetzt halt mal die Fresse, ich muss nen Baum schlachten. Kannst das nicht. Oh doch, ich kann das. Träum weiter, du Muschi. Ich hab nämlich ne goldene Axt. Golden Delicious, oder was? Ja. Ja. Tag, Schwede. Morgen erstmal wieder nach Hause heizen, hier aus dem Kack-Schwarzwald, ey. Hä? Ja, aus dem Schwarzwald nach Hause heizen, ey. Ach, morgen ist ja schon wieder Freitag. Ist richtig. Cool. Sonntag gehe ich zum Morgon. Ich komm vielleicht mit. Oder darf ich das nicht? Doch. Alter, was ist jetzt? Jetzt kommt der Kack-Enderman wieder, oder was? Von hinten nimmt er mich. Alter, was macht der? Ist der schwul, oder was? Alter, der backt mich, der fickt mich in den Arsch, oder was? Oh, ganz knapp, ey. Ganz knapp. Hat er sich gebutt-sext? Von allerfeinsten, Junge. Alter. Der hat mich von allerfeinsten gebutt-sext, ey. Meine Axt ist kaputt. Ach, wenn ich in einem Bomben gefällt hab. Kannst du nicht mal neue Elemente bei Minecraft geben? Zum Beispiel Edelstahl. Ja. Gibt's das? Weiß ich nicht. Ich will Edelstahl, Junge. Und einen Hammer. Und mir eine Edelstahl-Axt und fick damit alles. Und einen Hammer. Ich brachte gleich die Nase. Mit einen Hammer? Ja. Man kann einen Hammer bauen? Wofür das denn? Hä? Kann man einen Hammer bauen? Ja. Ja. Wofür? Um die Nägel in die Bretter zu hämmern. Welche Nägel? Die du aus Metall baust. Alter, was bringt das denn? Ja, so Nägel der Bretter. Oder aber scheiße, man. Ich weiß. So, was fehlt's jetzt von mir? Was soll ich hier machen? Den Innenausbau, Treppe und so. Soll ich hier viel kreativ sein, oder was? Ja, mach mal. Ich vertraue dir nicht. Aber mach trotzdem. Alles klar. Äh, wo sind wir denn mittlerweile? Äh, wir sind schon bei 36. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wie 36? Ebene 36. Cool. Ich hab noch keinen einzigen Brocken Eisen gefunden. Aber Kohle? Ja, Kohle. Oben hab ich Kohle gefunden. Mittlerweile. Seit ich mich hier runterbuddelt, hab ich eigentlich nur Steine gefunden. Fett. Fett. Geht so. Fett. Ja, deine Mutter ist fett, das weiß ich schon, aber... Fettifett. Du müsstest übrigens mal wieder in der Metro, du Spacko. Ja, ich weiß. Da muss ich auch mal wieder hin. Ich brauch Beefy und Bratwurst für den Sommer. Und Beef. Ja, genau. Beef. I. Ja, Beefy. Ebene 25. Das wird immer besser hier. Und Kirschen. Vielleicht find ich hier auch mal so doofes Slime-Viecher oder so'n Kack. Die finsten und flachten Gewässern. Was? Bullshit. Ich find's da ganz weit unten irgendwo, hab ich gehört. Ja, da wo flach ist. Hä? Kann nicht dein unterirdisch flach sein, du Spacko. Wieso ist die Wolke rot? Was ist hier los? Warum ist hier ein Loch im Boden auf einmal? Schon wieder? Nein, das ist, glaub ich, ein echtes Loch. Puh. Ist es auch, äh, eng und feucht? Und warm? Ja. Ja, ja. So in etwa. Und sind paar Haare dran, so stinkend nach Pisse. Ah, ein bisschen. Ja gut, dann bist du da richtig. Ich hab'n Slime gefunden. Ja, und jetzt? Ja, der ist hier. Die greifen eigentlich an, ne? Die sind... Ja doch, die bauen halt halt an. Also nur die ganz großen, die springen nicht an. Der ist ein kleiner. Ja, dann kannst du ihn zermatschen. Wie wachsen die nochmal? Wenn, 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 äh, wenn hell ist, wachsen die oder sowas, äh? Keine Ahnung, ne? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Wachsen die überhaupt? Wusste ich gar nicht. Ja, die spawnen, wenn hell ist, glaub ich, oder so. Hab ich irgendwo gelesen. Ja, und jetzt? Ich hab'n hier einen gefunden. Ich aber. In flachen Gewässern. Nein, ist überhaupt kein Wasser. Aber hier ist wieder ein kack Enderman, ne? Ja. Render. Kein Bock. Spalte ihn. Tötet erstmal den Slime. Nein, tust nicht. Tötet erstmal den Slime. Tötet erstmal den Slime. Hab ich. Ich kann auch nichts dafür. Hier bist du so auf jeden Fall eine Farm bau, ne? Ich hab' Eisen gefunden. Ich hab' Gold gefunden. Gold, Digga. Kein Scheiß, Digga. Ich rapp gleich den Shit hier weg, ey. Brauchst du ne Gold-Spitzacke? Äh, sag' ich mal die Crap. So, und jetzt mach' ich mir mal Gedanken darüber, da ich den Enderman da unten wegfinge. Äh, fiste, ja? Mit meinem Diamond Sword. Gibt's Pilze in der Höhle. Ganz tief unten. Seid, stirb endlich, du Drecksviech. Hab' ich gefickt. Der hat mir nichts gedroppt, der Spacko, ey. Der Pilz, oder was? Nein, der Enderman, den ich grad niedergemessert hab, ja? Aufs Brutalste. Ich hab' Lava gefunden. Welche Ebene haben wir denn jetzt hier? Zwölf. Ist eigentlich ganz gut. Meinst du? Jupp. Kannst du mal nachlesen, wie man am besten Slime-Piecher farmt? Geht grad nicht. Ach, du Spacko, ey. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, schon wieder ne Goldachse kaputt. Hä? Wer hätte das gedacht? Idiot. Das Gold bohrt man sich, wenn überhaupt ne Rüstung, ja? Nein. Werkzeug. Weil es geht einfach schnell damit. Geht vor allem schnell kaputt, ne? Ja, das auch. So ne Nachteile-Sache. Könnt man eigentlich mein Notebook schnaufen? Nein. Nein. Dann ist gut. Jetzt höre ich sogar unterm Headset noch. Oh, ein Kack-Creeper. Creeper-Pizza. Echt, das hat einfach nicht viel mit Pizza zu tun hier grad? Pizza für Lieferando und Gutschein haben sieben Euro. Oder in Wert von sieben Euro. Was? Für Lieferando. Wer ist Lieferando? Ja, ist auch so ein Online-Pizza-Bestellportal. Check ich nicht. Pizza.de check ich. Was ich da halt sieben Euro Gutschein hab. Ja, mach mal nächstes Mal, wenn ich bei dir bin oder so. Fress aber den. Nicht? Ja doch. Dann lädst du mich mit dem Gutschein zum Essen ein quasi, ja? Nein. Doch, das ist der scheiß Creeper. Komm her, du Drecksviech. Der lacht sogar, der Creeper. Der lacht, der lacht dich an. Der lacht. Sowieso lacht der. Die Creeper ist schon mal tot. Nice, ein Blümchen. Schwuch. Äh, arbeite mal für den Geld. Ja, ich bin auch hier am Einrichten. Die Treppe ist schon fertig gebaut. Ach, da sieht das behindert aus. Ich glaub, wenn ich da ankomme, dann muss ich die erstmal schlagen. Ich hab auch Redstone gefunden nochmal hier. Genau, ich farme die jetzt Redstone. Das ist ne gute Idee. Rotstein. Mhm. Und dann? Kannst du daraus deinen scheiß Baumatt oder bauen wolltest, was weiß ich. Brauch ich aber Platz. Und die haben jetzt eindeutig keinen Platz. Wir bauen uns gleich oben ne fette Plattform. Hm. Plattform. Mhm. Fuckform, ja. Ne fette Fuckform. Hehe. Jetzt muss ich die Kuh hier schlachten. Schlachte dich gleich. Mit der Goldachse schlachte ich die Kuh jetzt. Sehr männlich. Äh, hallo Kuh. Stirb. So, klopp, 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 klopp. Alter, der ist hier schon wieder so ein Pseudoloch, äh. So, ich hab jetzt goldenes Beef. So, ich hab jetzt goldenes Beef. So, ich hab jetzt goldenes Beef. Vielen Dank.